Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Outlast. Ja, ähm. Dann wollen wir mal loslegen. Nochmal. Dann legen wir mal los. Dann machen wir mal loslegen. Dann machen wir mal loslegen. Dann machen wir mal loslegen. Und messen zu sein. so 17. September 1026010756 at mutemail. anmilesubs files upshore at gmail.com betrefftipp illegale Aktivitäten bei Murkoff Charteric System Entschuldigung, es ist nicht so die kennen mich nicht muss mich kurzfasen werde vielleicht beobachtet ich war zwei Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtungen von Murkoff Charteric Systems in Mount Massive tätig ich spreche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen aber echt, zur Hölle mit den schrecklichen Dinge gehen ich sehe es nicht ich glaube nicht mal die Hälfte der Sachen gesehen haben Doktoren faseln etwas von Raumtherapie die zu tief geht die zu tief geht und dass sie etwas gefunden hätten was auf sie im Berg gewartet hat Leute kommen zu Staden und Murkoff scheffelt Geld das muss aufgedeckt werden ja dann Batterien und Kammer dann geht's mal jetzt richtig los oh oh ich bin oh ich bin ja du bist es ist ich bin Es windet ganz schön. Tür ist zu. Komm, ob die Tür offen ist. Nein, die ist... Ja, wir haben einfach versucht, hineinzulangeln. So. Oh. Hier sollte man keine Höhenangst haben. Oh. 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 Das war der Fernseher. Das war ein Blut. Meine Batterie. Das war der Fernseher. Projekt Wallrider. Lese das jetzt nicht vor. Ich könnte dann Stop drücken. Auf Pause drücken. Wenn ich jetzt hier alles durchlese, das dauert. Okay. Okay. Dann gehen wir mal hier hoch. Oh. 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 Jetzt habe ich mich erschrocken. Oh Gott. Hast du mich aber erschrocken? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Ja. Oh, war ein Köpfer. War ein Köpfer für Sie. Ja. Der sah jetzt nicht sehr nett aus. Ein Arm in der Toilette. Und wer bist du dann? Das Wort dann wohl der liebe Doktor. Proclaim die Gospel. Notiz. Bünderin. Jetzt könnt ihr wieder auf Pause drücken. Dann könnt ihr euch das wieder durchlesen. Raus. Eine Batterie. Sehr schön. Wir haben alle keinen Kopf mehr. Hat der noch einen Kopf? Ja, der hat noch einen Kopf. Und er hat noch einen Kopf. 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 Uiuiui. Tolles Programm. Wir sind alle ganz gesund. Jetzt alle... Notizen. Nein, keine Notizen. Gut. Geht los? Ei, 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 ei. Oh. Oh. Diese Schreckmomente. Ich bin ja eigentlich nicht so schreckhaft, aber... Ja. Manchmal passiert's. Oh. 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 Gut zurück, dann. Das ist mein Computer. Sehr gute Idee. Oh oh. 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 Ay, 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 ay. Ja. So ihr Lieben Den nächsten Spaß Heben wir uns für die nächste Folge ab Also bis zur nächsten Folge Ich hoffe ihr hattet Spaß beim Zuschauen Und tschüss